Dann nimmst du dir eine mit. Ja. Dann kommst du jetzt in das Buch, was einzeln steht auf der einen Seite. Ja. Bist du da drinnen? Ich komme jetzt gerade. Ich will dir nichts sagen, hat irgendwer beim Portal weggemacht? Nein. Auf die Plattformen stellst du jetzt die Lektor und da das Buch rein. Ja. Und dann gibst du mir noch die Koordinate, wo du dich gerade befindest. Aber erst muss ich den komischen Blaze bauen. Kann es sein, dass wir in dieser Dimension, dass das nicht dimensionsübergreifend geht? Nein, es ist nicht dimensionsübergreifend. Ja, scheiße. Wie soll ich jetzt wieder zurückfinden, ne? Hier ist direkt eine Bibliothek vor mir. Geil. Ich habe mir keinen Waypoint gemacht. Ja, die habe ich schon schon länger. Herrlich, Blaze, herrlich. Ich komme gleich in die Dimension und sage dir, wo die Koordinate ist. Sag mal, hier, schreib dir die Koordinaten auf. Ich muss zu Blaze Ihnen helfen. 27, 64. Was? Was? Waypoint? Warum? Was sind die Koordinaten, wo du da bist? Da habe ich noch gerade gesagt. 27, 64 und 3. Okay. Okay. So, weißt du, welche Dimension bist du? Moment, ich glaube, gleich das erste Buch. Erste Buch. Age 2. Von den dreien. Ja, Age 2 müsste das sein. Das Buch hat es dir reingelegt, ne? Ja, ja. Sonst wäre ich ja nicht zurückgekommen. So, äh, ich bin rausgekommen bei 0,5, also 0,67, 0. Okay. Also nur 0 und höchstens 67. Ach du Scheiße, bin ich weit weg. Und mein Chat-Pack ist fast leer. Tja, ich habe es gut. Ich kann größtenteils schwimmen. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Ein Bock-Biom? Rocky Step. Wie mache ich denn? Ich will auch mal eine neue Welt erschaffen. Wie mache ich das? Du nimmst so ein Link-Panel? Ja, habe ich. Wobei, warte, warte. Ich nehme gleich zwei. Ja? Ja, warte. Ne, nimm nur eine. Ich muss doch noch Rückbuch gleich machen. Ja, aber ja, gut stimmt. Ja, ich bin damit nicht so blöd wie du. Äh, warte, bis ich daheim bin, weil ich will da noch ein paar Pages mit reinmachen. Deal-Color. In die Seite oder was? Ja, du kannst das Ding ja noch bearbeiten, aber ich habe die Page halt dabei, die da rein soll, deswegen. Egal, brauche ich dafür dann auch Läser für beide, ja? Äh, ja. Ja, wobei, du brauchst nur ein Leder, um das eine Buch zu craften. Das andere machst du in einem Table. Alles klar. Da ist schon Leder drin. Du kannst das Buch ja schon mal fertig machen, das eine. Das andere machen wir dann, wenn ich zurück bin. Ja, wie lange brauchst du, bis du zurück bist? Du musst noch einen Kilometer. Okay. So, das Buch habe ich schon mal gelingt, das eine. Äh, wobei, du kannst schon mal gucken, ganz in der Ecke in dem Tisch. Warte, lass mich jetzt mal im Bett liegen. Mach das. Falls wir Clay brauchen, ist hier auch ganz viel in der Welt. Überall verteilt, ey. So, was? Gibt es eine Ecke, ja? Dann klickst du links auf das zweite Buch von oben. So, äh, auf dem Button da, wo das drin ist. Müsstest du ja dann ein paar Pages angezeigt kriegen, ne? Warte, warte mal, du hast hier... Der ist schon mal das offen links. Hm. Ja, und da soll ich aufs zweite klicken, oder was? Ja, da... Das ist dann Iron Ore, Nether Fortress... ...Nether Quartz, No Weather... ...No Weather, genau. Da tust du mal rechts klicken drauf. Ja? Dann hast du jetzt rechts daneben, hast du eine neue Page. Ja? Gut, die nimmst du da auch noch raus. Wie, nimm ich hier? Da unten noch so, da unten ist die, okay, ja? Dann kannst du links an den zweiten Block gehen, den, äh, Bookbinder. Du willst nur No Weather haben? Ja, und noch, ähm, Mindshifts, aber die hab ich halt gerade dabei. Okay, also den Bookbinder, ja, bin ich. Da kannst du schon mal das Link-Panel reinlegen, und da, danach dann No Weather. Ja? Und dann wartest du, bis ich da bin, dass ich die andere Page noch holen kann. Okay. Dann wäre ich schon ein Akten-Schrank für die ganzen Pages. Aber die anderen da, Beach-Bio, oder was willst du nicht da drin haben? Ja, das ist ja in der Ecke, das Ding. Was meinst du? Aber sonst willst du nichts, ne? Also auch noch von den Seiten. Sonst eigentlich nichts. Haben wir eigentlich gerade nichts Interessantes. Ich bring mal gleich ein paar mit. Ich brauche noch ein paar Arteleganen. Ich auch. Wir brauchen Emeralds. Es gibt's einfach nicht. Wir brauchen einfach Emeralds. Ja, ich such doch schon. Aber es muss noch mehr Dörfer geben, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Deswegen will ich ja Mindshifts reinmachen, weil da finden wir vielleicht gleich, äh, was Schönes. Bei Mindshifts hast du ja immer richtig viele. Okay. Ja, sag mir denn da bist. Richtig viele Kisten, jo. 550 Meter sind es noch, leider. Okay, was ne Lauferei. Wenigstens kannst du laufen. Ich muss schwimmen. Dafür helfen mich keiner Zombies. Ach, da haben wir noch. Eins, zwei, drei, drei, vier, 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 fünf. Diese Welt hier ist echt interessant, muss ich sagen. Wieso? Ja, ich, halt überall Springwater heißt, du musst gar nichts essen in dieser Welt, weil das füllt dir auch ein bisschen Hunger auf. Mhm. Neter Fortresses, die Kristallblöcke überall, Tendrils, die flüssige Suppe, komplett Sand und Clay und Erde der Boden. Recht cool. Eine gute Welt hatte ich lange nicht mehr. Das nützt uns auch nichts, wenn da kein Dorf ist. Ja, Emeralds sind gerade unser Produktionsjob gerade, oder? Ja, bei mir auch, weil das, was ich machen will, brauche ich auch Emeralds für. Für jeden Scheiß braucht man halt Emeralds und die haben wir nicht. Ja, werden wir zuerst aber, wenn wir vier Emeralds haben, Emeralds-Pfenzen raus machen, da gibt's ja alles nichts. Ah, 320 Meter noch. Läuft ja eigentlich für ein Kacklied im Hintergrund. Kann ich dir auch nicht sagen. Aber jetzt kannst du dir auch einen Power-4-Bogen machen. Ich habe gerade noch ein Power-4-Bogen gekriegt. Aha. Da habe ich nichts zu tun, also fresse ich gerade Beeren und verzaubert Bücher. Er frisst Beeren am Verzaubert Bücher, ne? Ja, dann muss man sich jemand vorstellen. Das ist natürlich auch hier ne Beschäftigung. Ja, ist es. Welche Beeren nimmst du denn die aus? Aqua Infinity 1 bei einer Level 30 Verzauberung, verstehst du? Ja, aber schalte ey. Nimmst du die Beeren aus der Maschine oder die aus der Kiste? Aus der Kiste. Aus der Doppelkiste sind ja auch nochmal 10 Milliarden Stück drinne. Ja, 10 Milliarden sind da nicht. Ich habe schon alle gefressen jetzt. Echt? Und jetzt ist der schlecht. Ja und du brauchst ja für ein Buch ja etwas mehr als ein Stack. Fällt drauf an, wie hoch du verzauberst. Der wird 30. Niedrigen gebe ich mir nicht ab. Ich glaube, wir sollten mal die Maschine wieder laufen lassen. Wir haben es ja, ne? Im Grunde schon. Du kannst es ja anwerfen wieder. Brauche ich jetzt Lava. Ich habe keine Lava hier. So, na stimmt. Da war ja was. So, Zettlack ist auch gleich leer. Er hat letztlich auch Tabletank mitgebracht? Ja, einer steht noch sogar im Haus hinter den Crafting Table und normalen Öfen. Konnte man die überhaupt so abbauen mit der Spitzhacke? Ne, du brauchtest da den Crescent Hammer. Dann Shift und Rechtsklick drauf. Dann konntest du den wegnehmen. Ach, nicht mehr schon. Der Crescent Hammer ist ja schnell gebaut. Sharpness 3, naja wenigstens etwas. Sharpness bringt ja nichts, wenn wir Tinkerer Waffen nehmen. Richtig. Kannste eh nicht drauf machen. Ich suche eigentlich so Fire-Boresist oder sowas. Ach ja. Wahre Musik im Hintergrund. Sehr entspannend. Ich freue mich ja, wenn wir einen Emerald haben. Mach mal einfach Power Armor und Gutes. Ja, was meinst du, warum ich Emeralds brauche? Was willst du dir für eine Power Armor? Für den Tinkertable. Ja, ja. Power Armor Tinkertable wirst du. Ja. Ja, das will ich halt auch schon die ganze Zeit. Das ist einfach die beste Rüstung. Und vor allem das Jetpack da drin ist einfach übelst geil. Ja, und du kannst das Ding halt upgraden mit Laufspeed und höher springen. Mit jedem Scheiß kannst du das upgraden. Ja, und das wollte ich ja eigentlich gerade vorhin bauen. Ich habe ja schon die ganzen Teile bis auf den Emerald, ne? Mhm. Jetzt ist das Jetpack auch noch her. Die einzelnen Teile für die Rüstung sind etwas teurer, aber das geht noch. Ah, so. Endlich. Jetpack 0, 0, 0. Und jetzt sind ja auch noch ganz... Na Skelett, wie ist es im Treibsand? Guck nur auf den Kopf raus. Oh, der, 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 der wird mir stinken. Der Marvin ist wieder hier. Mhm. Ich komme gleich runter zu dir. Ich habe noch Zeug weg. Oh ja. So, wo haben wir denn die Page? Ich will das doch machen. Ja, ich muss aber gerade die Page raussuchen. Okay. Oh, Smite, was soll ich denn damit? Das ist das Ekelhafteste, was man kriegen kann. Ja. Das ist fast so gut wie Aqua Infinity. Uh, Gott sei Dank komme ich die... Oder Bane of Aqua Blub... Spinnen töten halt. Bane of Anthropods. Ja, das Schlimmste... Beste Verzauberung im Minecraft Battle. Was anderes habe ich nie gekriegt. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, im Battle ist es einfach Gold wert. Esel, Schnauze. Die ahme ich nicht an. Sharpness 3 schon wieder. Kann ich ja. Sharpness 4-Boot machen. Geil. Bringt mir auch nichts. Gibt es bei Tinkers eigentlich auch einen Bogen? Ne, ne? Sehr gut. Gibt es gar extra Pfeiler. 067. Ach, ich habe einen normalen Bogen erreicht mir. Mit Power 4 ist es schon. Ich bin vorbeigelaufen. One-Shot... One-Shot Creeper... One-Shot Ghast. Oh, jetzt kann ich Level 30 was auch nicht machen, weil ich mir fehl... Na komm her. So jetzt. Fehlte doch noch ein Level. Hab ich zu früh gestoppt. 0. Am Breaking 3, na super. Läuft bei mir. Nicht. So. Boah. Am besten ist das Treasure Falling 4 auf meinen Schuhen. Wenn man mit dem Jetpack rumfliegt, kann man das gebrauchen. Buch hast du dabei? Ne, es liegt da schon drin. Aber gib mir die Pages einfach. Habs schon reingelegt. Brauchst du noch das Buch raus? Wo hast du das jetzt? Welches Buch denn? Ja, das ist Linking Book. Das hab ich schon hier dran. Du hast jetzt noch... Äh, Raza? Mein Chefs hier eingepackt. Was? Du hast mir die Koordinaten 0 und 67 gegeben, oder? Weiß ich ja nicht mehr, was ich die für Koordinaten gegeben habe. Ach, Moment. Ich bin ja bei Minus. Ah, okay. Kann man das Buch immer noch weiter updaten dann irgendwann? Oder? Das ist dann fertig jetzt. Jetzt ist es fertig. Das ist fertig. Äh... Blackclown hast du auch mit? Ja. Gut. Dann... Pack eben noch die verzauberten Bücher weg. Die man nicht gebrauchen kann. Moment. Äh... Da müssen wir alle hin. Ja, Blase. Ich muss sowieso ein bisschen der Mann hier. So. Äh... Pages. Pages, 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 Pages. Ich hab immer alle rein, ne? Naja, im Moment. Gibt's mir. Darfst du mir empfehlen? Ja, hätten wir noch drauf warten können, vielleicht hätten wir noch besseres Buch gekriegt. Ach, passt schon. Äh... Ja, lauf halt rein. Was eigentlich ist an Pages gekriegt, ja? Nur ein paar. Ja, die Dinger kriegst du ja relativ schnell. Bis jetzt zwei Milliarden aus so ner Kiste, ja. Ach, so. So, ich bin in einer neuen Dimension. Es ist noch dunkel hier. Hm? Ich merk's, ich kann nix klicken. Dschungel, ich bin mitten im Dschungel rausgekommen. Scheiße, ich sollte mir vielleicht mein Chatpack vorher aufladen. Chatpack aufladen wäre eine Maßnahme. Waypoint. So. New Waypoint. Nach Hause nenne ich das. Nach. Hause. Dann. Nach Hause grün. Ja, passt. Interessante Welt. Was ist das hier für ein Gras? Dumpgras. Okay. So. Ähm. Ich werd's aber jetzt trotzdem machen. Wegen der Portalgun. Ich werd hier nochmal laufen. Bei uns in der Welt. Du kannst auch einfach in der anderen Welt ein Portal erstellen, ne? Was ist das hier für eine schwarze Suppe? Das stimmt natürlich auch wieder direkt am Dings. Welche Dimension waren wir denn noch nicht? Ja, wir haben jetzt hier Dings angefangen. Du kannst natürlich auch, wobei da findest du keine Villagers. Die neue könntest du theoretisch jetzt nehmen. Welche? Oder ich will jetzt nochmal eine erstellen mit Mountain Biome. Die neue ist das linkeste Buch. Da kommst du rein und hörst direkt Schleime. Dann bist du richtig. Und es wird grad Nacht hier. Alle lassen sie die Türen auf, ey. Ne, ne. Was machst du da? Schlauer Mensch. Dann geh ich jetzt mit dir. Dann kann ich einfach mit dir zurücklaufen. Ich find ne Portalgun. Da hinten sind ganz viele Schafe. Siehst du die? Ja. Ist das hier nur Dschungel? Keine Ahnung. Ich bin noch nicht weggelaufen. Bin grad hier rein gekommen erst. Dschungel, Wasser. Gucken wir mal. Ein Creeper, der auf einer Spinne reitet.